Die DHV News vom 25. August 2023 Bundesrat zuerst Armageddon, die letzte Schlacht hat begonnen Mit freundlicher Unterstützung von Hawaii Medical, Drehhandel und Seeds24 Herzlich Willkommen bei den DHV News Die Vorbemerkung ist die letzte Woche Wir machen wieder unsere Arbeit Und machen Mediengespräche ohne Ende Also ich jedenfalls, ja, als der Zuständige dafür Haben wieder viele gute Artikel gehabt Einen längeren Diskussionsbeitrag Live in SWR 2 Forum zum Beispiel Und die Sache mit den Mindestabständen Wäre ja inhaltlich so ein Beispiel Wo ich gut das Thema setzen konnte Die Unsinnigkeit dieser Konsum-Mindestabstände Zu Spielplätzen und so weiter Aber wir sind natürlich nicht die einzigen Interessenvertreter, die jetzt viele Medien sind Und umso wichtiger ist natürlich auch Dass es uns gibt, dass wir dabei sind Irgendwie, weil die Gegner jetzt sehr aktiv sind Sehr dagegen halten Ja, da muss man eben auch dafür sorgen Dass da auch andere gehört werden Die ein liberaleres Gesetz fordern Ja, nicht nur immer in die verschärfende Richtung Oder sagen, lass halt lieber gleich ganz sein Mit der Legalisierung Sondern ja, nee Das ist alles viel zu restriktiv Damit sind wir dann halt unterwegs Passt für Medien dann auch ganz gut Von wegen wird von allen Seiten kritisiert Und so, ne Und unterm Schrieg ist halt aber natürlich besser Als wenn die Medien sagen Wird halt nur von einer Seite kritisiert Die halt das Ganze kippen will Und die Stimmung droht tatsächlich zu kippen Von daher bin ich ein bisschen In Alarmstimmung sozusagen Aber dazu später mehr Erstmal noch eine kurze Info Zum weiteren Ablauf Ich erzähle ja hier seit Wochen Dass ich jetzt erstmal selber davon ausgehe Dass das Gesetz erstmal In den Bundesrat gesendet wird Bevor sich der Bundestag Damit befassen kann Und genau Das ist jetzt der Fall Ja, guckt doch Georgsgrasnachrichten Ja, wisst ihr immer schon vorher alles Im Dokumentationssystem des Bundestags Ist jetzt eine Version Des Gesetzes aufgetaucht In der die Weiterleitung Des Entwurfs An den Bundesrat Mit dabei ist Das ist ja so ein Brief Vom Scholz An den Bundesrat Von wegen Ja, hier wie immer Ja, wie gesetzlich vorgeschrieben ist Kriegt er jetzt mal Das ging hier zum Angucken Und mal für den Hintergrund Der Bundesrat Kann zumindest Diese erste Gesetz Die erste Säule Nicht verhindern Aber verzögern kann er Aber es ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz Wie es formal dann heißt Der Bundesrat muss dem nicht zustimmen Damit es in Kraft treten kann Aber er kann halt verzögern Indem er halt nochmal Vermittlungsausschuss anruft Oder so in der Art Der Bundesrat wird zweimal beteiligt Insgesamt Also einmal ganz am Anfang Und einmal am Ende Des Diskussionsprozesses Also vor und nach dem Bundestag Und diese erste Beteiligungsrunde Läuft eben jetzt Da ist auch eine Frist Eine Frist mit drin Ja, in der Fußnote Dieses Begleitschreibens Ja, scheinbar ist das so üblich Das dann unten drin steht So als Standard Fristablauf 29.09.2023 Also nicht mal Im Fließtext irgendwie erwähnt Ja Und das ist genau Wie ich immer gesagt habe Der Bundesrat Könnte möglicherweise Erst Ende September Anfang Oktober Anfangen Dieses Gesetz Zu diskutieren Weil eben so lange Die Frist beim Bundesrat Läuft Allerdings ist gar nicht sicher Ob der Bundesrat Diese sechs Wochen Frist Überhaupt voll ausschöpfen wird Ja, der könnte auch Vorher schon Stellungnahmen Abgeben Und dann kann der Bundesrat Bundestag loslegen Und die Frage ist halt Ob überhaupt Irgendeine Reaktion kommt Vom Bundesrat Weil es gibt halt So viele Landesregierungen Wo sich Legalisierer Und Prohibitionisten In derselben Landesregierung Gegenseitig neutralisieren Ja, also CDU Mit einem Einer der Ampelparteien In der Koalition Oder mehreren sogar Und ja Dadurch kann die CDU Könnte eine Zustimmung Verhindern im Bundesrat Wenn sie nötig wäre Vielleicht bei Säule 2 dann Weil Enthaltung gilt halt nicht Als Zustimmung Und dann reicht das nicht Kommt keine Zustimmung Zustande Aber umgekehrt Ist ja auch so Die Legalisierungspartner Der CDU Können ja auch Eine Stellungnahme Gegen die Legalisierung Verhindern Eben zum Beispiel Auch jetzt die Stellungnahme In dieser ersten Beteiligungsrunde Ja, wo die CDU Gerne schreiben würde Sofort irgendwie Als Bundesrat Wir wollen das nicht Ja, stampft euer Blödes Gesetz ein Unabhängig davon Ob sie das erzwingen können Aber so eine Reaktion Wäre jetzt formal Erstmal auch nicht zu erwarten Weil da eben doch Die Legalist Koalitionspartner eben Das umgekehrt eben Auch verhindern könnten Wenn die sich jetzt Nicht einigen Und gar keine Stellungnahme Abgeben Dann muss der Bundestag Tatsächlich abwarten Ja Und eben die Vollen 6 Wochen Die Füße still halten Obwohl vielleicht schon Längst klar ist Dass gar keine Antwort kommt Aber das dürfte dann Das Verfahren sein Ich zitiere mal kurz Von bundesrat.de Bei Gesetzentwürfen Der Bundesregierung Hat der Bundesrat In einem sogenannten Ersten Durchgang Das Recht Sich noch vor dem Deutschen Bundestag Zu dem Entwurf zu äußern Also nicht die Pflicht Ja, die müssen da nichts zu sagen Und wenn sie sich nicht einigen Werdet ihr auch schwer Also gut Wahrscheinlich eben Würdet es jetzt Ende September Anfang Oktober werden Bis der Bundestag Anfängt Das Gesetz zu beraten Und das natürlich Nicht viel Zeit Wenn die bis Ende des Jahres Fertig werden wollen Haben sie gerade mal Noch zweieinhalb Monate Um 10 Millionen Detailfragen zu klären So, aber Jetzt nochmal Zu meinem Armageddon Ding irgendwie Ja, das klingt ja Erstmal ziemlich martialisch Aber ich bin auch Echt ein bisschen Ja, macht mich nervös Wenn ich jetzt Die ganzen Nachrichten lese So Es wird jetzt ernst Mit der ganzen Reform Der Cannabis-Politik In Deutschland Das ist jetzt nicht mehr So ein wirres Lauterbach-Projekt Ja, wo alle Den Eindruck haben Irgend so ein Wirrer Minister Ist da irgendwie Spinn sich da irgendwas Zurecht Sondern jetzt Ist das Ganze Im Bundestag Das ganze Parlament Debattiert darüber Und die zuständigen Fachpolitiker Haben gesagt Sie wollen das Bis Ende des Jahres Durchziehen Und das macht eben Offenbar auch Viele Gegner nervös Die sind ja schon Teilweise sehr lange Und völlig faktenfrei Aber sehr eifrig Dabei irgendwie Verbissen Gegen die Legalisierung Zu kämpfen Mit welcher Motivation Auch immer Vielleicht bei der Polizeigewerkschaft Weil seit Mehreren Jahrzehnten Drogenfahnder waren Und jetzt irgendwie Ihren Lebenssinn In Frage gestellt sehen Oder was auch immer Jedenfalls Polizeigewerkschaft Ist ein Beispiel dafür Oder Die konservativen Ärzteverbände Auch immer ganz vorne dabei CDU, CSU Natürlich Andauernd irgendwie Gegen die Legalisierung In Medien Aber eben auch Medien Ja Medien spielen da gerade Eine ganz große Rolle Mit Gerade mit Teilweise großer Reichweite Ja Bild, Zeitung, Springer, Presse Was weiß ich Die dann Also gefühlt jedenfalls Jetzt eine Kampagne Nochmal Gegen die Legalisierung Fahren Die das Thema Sehr stark ausspielen Und eigentlich Sehr einseitig Die kritischen Stimmen Nur betrachten Ein Beispiel dafür War Schon In der Letzten Woche Sichtbar Also bei den letzten News Nach der Vorstellung Des Kabinettsentwurfs Und auch schon davor Ja Da waren ja Die Stellungnahmen Schon reingekommen Und da wurde ja Über die Warnungen Der Kinderpsychiater Rund um Professor Thomasius Rauf und runter Berichtet Ja Wie schrecklich das Für die Kinder ist Mit der Legalisierung Obwohl das gar nicht haltbar ist Ja Von den Von den Behauptungen her Von wegen Da würden jetzt mehr Kinder und Jugendliche Konsumieren In Ländern Wo legalisiert wird Stimmt ja gar nicht Ja Ist doch nicht mal wahr Aber die Medien Haben so getan Als wäre das Die einzige Stellungnahme Und nicht über 50 Die da auf dem Tisch liegen Ja Die anderen wurden Mehr oder weniger Ignoriert Und nur irgendwie halt die Diese Sache Wurde hochgejest Und so geht das Jetzt munter weiter Ja Wir haben eine Antikampagne Gegen die Legalisierung Ja Die Ja Koordinierten Eindruck macht Weiß ich nicht Aber auf jeden Fall Eben wie das letzte Gefecht drüber kommt Ja Von wegen Wenn wir das jetzt Verhindern wollen Dann jetzt Also jetzt wird Zeit Ich habe mal ein paar Beispiele dafür In die Videobeschreibung Gepackt Ein paar Medienberichte Angefangen mit NDR Ärzte kann man wieder Ja Ärzte kann man sowieso Immer jetzt vorne dabei Kritisiert geplante Cannabis Teillegalisierung Ja Die sind ganz komplett dagegen Teilweise wird jetzt auch Versucht in letzter Minute Nochmal irgendwelche Drastischen Reduzierungen In die Diskussion Zu bringen Ja Von wegen Nächster Hinweis Kinderärzte Für örtliche Begrenzung Von Cannabis Legalisierung Die sagen Lass doch Modellweise Nur in einzelnen Regionen Das Ganze machen So wie das Bei Säule 2 Auch geplant ist Ja Die Anbauclubs Den legalen Besitz Den legalen Eigenanbau Alles nur in Kleinregionalen Modell versuchen Die man dann sofort Wieder einstellen kann Sobald irgendwas Schief läuft Ja Oder eben auch Die CDU Die nächste Wahl Gewonnen hat Oder so Ja Kann man sofort Wieder stoppen Das Ganze Und dann Puh Sagen wir Haben wir es geschafft Ja Das Ganze zu verhindern Und in solchen Dingen Solche finden Sehe ich tatsächlich Eine gewisse Gefahr Eindeutig von der Ist natürlich Der CDU Dafür gestimmt Das war Alle mit die Daumen Dass die Ampel Und irgendwelche Ärzteverbände Und die Polizeigewerkschaft Rainer Wendt Rauf und runter In Medien Alle drei Minuten Wird in Deutschland Ein Strafverfahren Gegen Cannabiskonsumenten Eingeleitet Das sind laut Polizeilicher Kriminalstatistik Über 174.000 pro Jahr Du findest das auch Sinnlos Und willst das Verbot Endlich beenden Wir kämpfen dafür Und brauchen dich Hilf jetzt mit deiner Spende Oder Mitgliedschaft Und mach mit uns Legalisierung möglich Für nur 5 Euro pro Monat Einfach online anmelden Unter handverband.de Schluss mit Krimi Cannabis normal Jetzt kommt ein Bericht Über eine neue Forsa-Umfrage Für die RTL-Gruppe Genau genommen sogar Zwei Berichte Einmal geht es um Die Zustimmung Zur Legalisierung In der Bevölkerung Darüber Bericht der Stern Demnach sind 44% Der Bundesbürger Für die Legalisierung 52% dagegen Das ist jetzt Noch nicht so dramatisch Das ist zwar Relativ eindeutig Eine Mehrheit Gegen die Legalisierung Aber eben auch Nicht so riesig Da hatten wir Früher ganz andere Verhältnisse Und das nähert sich Schon der Hälfte Ganz gut an Unsere letzten Umfragen Lagen bei 46 zu 49 Einmal ein Jahr War für die eine Seite Für die andere Seite Im anderen Jahr So ein paar Prozentpunkte Sind auch statistisch Gar nicht signifikant Also ungefähr halbe halbe Diese Umfrage Hier sieht ein bisschen Schlechter aus Aber man kann da Jetzt keinen Trend Ablesen Weil es keine Informationen Gibt ob die Genau dieselbe Frage In den Vorjahren Schon mal gestellt haben So wie wir das machen Ja wir haben ja Seit 2014 durchgehend Jedes Jahr die Frage gestellt Und sehen die Entwicklung Ob es hier eine Entwicklung Gab kann man nicht So genau sagen Aber Viel wichtiger Sind die anderen Fragen Die RTL Gestellt hat Da wurde auch Bei NTV Darüber berichtet Die haben Einmal Gefragt Ob die Bundesbürger Lauterbach glauben Dass der Schwarzmarkt Nach der Legalisierung Zurückgedrängt werden kann Das glauben 38 Prozent Und die Mehrheit Von 58 Prozent Bezweifelt das Und da kann ich mich Darüber aufregen Ja das ist unglaublich Das ist doch Eigentlich ein No-Brainer Natürlich wird der Schwarzmarkt Zurückgedrängt Ja zwar nicht auf Null Logischerweise Ohne Fachgeschäft Schon mal gar nicht Das sage ich auch In jedem Interview Aber natürlich Ein paar Prozent Schwarzmarkt Werden auf jeden Fall Die Anbauclubs Verdrängen Und der Eigenanbau Aber trotzdem Ja schaffen Das Insbesondere Rainer Wendt und Co Mit ihren wilden Behauptungen Dass sogar der Schwarzmarkt Größer wird Nach dieser Reform Völlig unsinnig Völlig faktenfrei Völlig ohne irgendwelche Belege Mit irgendwelchen Märchen aus Holland Die wir erzählen Die überhaupt nichts Mit Coffeeshops Zu tun haben Also es ist komplett absurd Ja die Leute glauben Das logischerweise Weil auf der einen Seite Sehen sie da Einen Typ von einer Polizeigewerkschaft Und irgendwie Vielleicht noch Einen Professor Erzählt Und auf der anderen Seite Lauterbach Irgendwie in Medien Der sagt Ja das Ja Cannabis Ist schon ganz schön gefährlich Naja also Dann geht es weiter 71% der Befragten Geben an Sie könnten in der Diskussion Über die Cannabis Legalisierung Den Argumenten von Ärzten Polizei und Justiz Ehr vertrauen Weniger als ein Drittel Der Bundesbürger 22% Hält die Regierung Für kompetent In diesem Thema Und das ist ein Drama Ja also die Ampelregierung Jetzt Cannabis Legalisieren will Und erklärt Warum Und so weiter Ja Also Lauterbach im Wesentlichen Da hat der auch Bienertkalt gestellt Mehr oder weniger Den hört man ja nicht mehr Dazu großartig Und dann zählt der immer Sein wirres Zeug da Und kommt auf 22% Der Leute Die er überzeugt davon Und 71% Geben an Dass sie da eher Ärzten, Polizei und Justiz Vertrauen Und das sind eben die Wahrscheinlich Die Medien zumindest Die man so mitkriegt Polizeigewerkschaften Insbesondere Rainer Wendt Deutsche Polizeigewerkschaft Das ist alles ganz schrecklich Mit der Legalisierung Die Ärzteverbände Bundesärztekammer Die auch irgendwie Am Rad dreht Irgendwie Konservative alte Leute Die immer erzählen Wie furchtbar schrecklich Das ist Ohne nicht irgendwie In Relation zum Alkohol Zu setzen Den wird geglaubt Dann Während Lauterbach Da eine ganz schlechte Figur macht Und damit auch Die ganze Ampel Und damit das ganze Legalisierungsprojekt Ist wirklich ein Drama Dann noch Was Wichtig Ist das auch alles nicht Ja Also die größte Mehrheit 80% der Bundesbürger Hält die Cannabis Legalisierung Im Vergleich Zu anderen vorhandenen Problemen Für weniger wichtig Oder gar nicht wichtig 19% Finden das Thema wichtig Gut okay Das war jetzt auch nicht zu erwarten Dass die Bundesbürger Alle sagen Das ist das wichtigste Thema In der Welt Vor allem die Die nicht konsumieren Logischerweise Und das ist auch so Ja ich würde auch sagen Dass es wichtigere Themen Gibt als das Aber das ist natürlich Dann auch wieder Eine super steile Vorlage Für zum Beispiel Eben diese Skeptiker Innerhalb der SPD Habe ich in den letzten Wochen Auch einige gehört Die in Medien gesagt haben Ja das steht jetzt schon Im Koalitionsprogramm Das arbeiten wir halt ab Aber wichtig ist das nicht Ja das ist kein wichtiges Projekt Für uns Ja und dann kann er natürlich Irgendwann auch kippen Das Ganze Ja also ich bin da Ein bisschen nervös jetzt Irgendwie mittlerweile Insgesamt Ich habe immer schon gesagt Erst feiern Gefeiert wird Erst wenn er verabschiedet ist Das ist auch klar Das kann immer noch An irgendwas scheitern Und wenn die Ampel Komplett scheitert Oder was Aber so schlechte In dem Fall ist das nicht gut So irgendwie gucken Nachvollziehbar Mit einer anderen Die Unfallwahrscheinlichkeit Das wäre auch noch Das wäre auch noch okay Zum Thema Das kann man schon machen Sagt wie viel Das kann ich jetzt Keine Affair Fertig Fertig Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020